Hey YouTube, herzlich willkommen zur Analyseecke Olympisches Straßenrennen, die Königsdisziplin der Radsportereignisse bei Olympia. 270 Kilometer, Klassikerprofil mit kleinen leichten Anstiegen, hier und da sogar mit Kopfsteinpflaster am Montmartre. Eine wirklich schöne Streckenführung für ein absolut spektakuläres Rennen, allerdings im Rahmen von Olympia mit ein paar fragwürdigen Veränderungen, die einfach den Sportler nicht so abbilden, wie der sonst stattfindet. Straßenradsport ist eine Mannschaftssportart mit Teamtaktik und Strategie, aber lasst uns doch mal zusammen alle rennentscheidenden Szenen nach und nach durchgehen und uns dann immer ein bisschen überlegen, was ist so ein bisschen die Idee dahinter, wie ist das Rennen so aus Teamsicht in diesem komplizierten Schachspiel abgelaufen und vielleicht können wir auch immer so ein bisschen im Hinterkopf mit durchgehen, wie wäre das Ganze abgelaufen, wenn das ein normales Straßenradrennen mit den normalen Regeln gewesen wäre und dann können wir vielleicht auch am Ende ein bisschen beurteilen, ob wir jetzt einen würdigen Gewinner der Goldmedaille haben oder vielleicht nicht, wenn man den Rennverlauf dahinter mit berücksichtigt, wie es zu der Entscheidung kam. Also wie immer viel zu tun, los geht's! Aber vielleicht noch mal ganz schnell vorweg als Zusammenfassung, wer die Vorschau nicht gesehen hat, wo ich ein bisschen mehr auf die Kritikpunkte eingehe. Wir haben bei Olympia keinen Funk, das heißt die Teams haben einfach eine ganz schlechte Kommunikationsmöglichkeit. Die wissen teilweise gar nicht, wie die taktische Rennsituation im Moment überhaupt ausschaut und können dann auch dementsprechend nicht passend reagieren. Wir haben ein extrem kleines Fahrerfeld von nur 90 Fahrern auf einer Gesamtlänge von 275 Kilometern. Das ist extrem wenig und dadurch eine sehr unkontrollierte Rennsituation. Die großen Mannschaften haben nur vier Fahrer hier am Start, das heißt nur sehr wenige Helfer. Kleinere Länder zudem auch mit dem Nachteil, dass sie teilweise nur 3, 2 oder nur einen Startplatz zur Verfügung haben. Das heißt, man tut so, als würden alle Fahrer, die hier am Start stehen, alle auf eigene Rechnung, alle auf Sieg fahren, aber das ist absolut nicht der Fall. Und die kleineren Länder, wie zum Beispiel auch Deutschland mit nur zwei Startern, die haben nicht mal ein eigenes Auto mit ihrem Betreuer dabei. Das heißt, die müssen sich sogar ein Begleitfahrzeug mit einem anderen Land teilen und wenn da einer einen technischen Effekt hat, kann einfach quasi das Auto an der Stelle vielleicht sogar fehlen. Das ist auf jeden Fall mal so als ganz schnelle Zusammenfassung. Hier nochmal ein Blick auf die Strecke. Wir haben immer wieder kleine Rampen drin mit zum Beispiel dem Anstieg am Montmartre 1,1 Kilometer, 5,6 Prozent und da kann man dann Angriff setzen und vielleicht eine Lücke reißen, aber danach auch immer wieder stellen, wo es dann flach ist. Das heißt, da spielt Windschatten eine ganz extreme Rolle und dann wird halt immer die Frage sein, welche Fahrer haben sich da vielleicht in der Gruppenkonstellation abgesetzt, ist einer Solo weggesprungen. Wie ist dann die Konstellation in Verfolgung drin? Also vielleicht für alle, die auch sonst nicht den Radsport verfolgen, bei Olympia hier gewiss auch ein paar neue Leute hier auf dem Kanal. Das Rennen gewinnt nicht unbedingt der stärkste Fahrer, sondern der, der auch einfach ein bisschen in dieser taktischen Situation Glück hat, in dem einen Moment die Attacke mitgegangen zu sein, dann vielleicht in der Gruppe mit drin zu sein, die gut läuft oder einen Teamkollegen zu haben, der in einer anderen Gruppe drin sitzt, der da so ein bisschen Störarbeit verrichtet, die Gruppe so ein bisschen auch moralisch bremst oder halt auch andersrum vielleicht zwei Leute, die in derselben Gruppe drin sind, von derselben Nationalmannschaft, die dann halt auch so ein bisschen eine Lücke wieder zufahren können. Und diese ganzen Konstellationen macht es halt unglaublich schwierig, selbst wenn man der stärkste Fahrer an dem Tag ist, wie zum Beispiel wahrscheinlich Mathieu van der Poel oder Wout van Aert. Das sind die großen Favoriten am heutigen Tag, aber wie kriegt man das hin, mit so wenig Teamkollegen die Situation ja so lange unter Kontrolle zu bringen, bis man vielleicht auf den letzten Anstiegen dann eine Attacke setzen kann? Deswegen auch schon in der Vorschau so ein bisschen die Vermutung von meiner Seite aus, Belgien hat im Prinzip noch so einen Co-Kapitän dabei, Remco Venepoel, und der darf vielleicht auch auf eigene Rechnung fahren, aber halt nur, wenn er an der Stelle so attackiert, dass das für Wout van Aert, also für Belgien auch ein taktischer Vorteil ist. Das heißt, vielleicht auch schon mal weiter weg vom Ziel, schon mal in eine Fluchtgruppe reingehen, sodass dann Wout van Aert, der englische Chef von Belgien, dann halt nicht mehr diese Verantwortung der Nachführbeit hat, weil der hat ja schon Teamkollegen vorne. Und dann würde ich mal sagen, springen wir mal direkt rein in den Rennverlauf. Relativ früh am Start hat sich eine kleine Gruppe absetzen können mit fünf Fahrern, allerdings keine große Gefahr. Und wir sehen direkt hinten im Hauptfeld die großen Mannschaften, das heißt, die, die auch teilweise überhaupt nur ein Teamkollegen dabei haben, stecken sofort einen, ja, mit in die Nachführbeit rein. Das heißt, wir sehen Dan Hole, Tiesch Benot, Michael Merkhoff für Niederlande, Belgien, Dänemark. Und das heißt, die machen ganz klar die Nachführbeit, die Kontrolle über das Rennen für Mathieu van der Poel für Niederlande, Wout van Aert für Belgien und Mats Pedersen für Dänemark. Den Mats Pedersen hatte ich nicht ganz auf dem Schirm, der ist bei der Tour de France sturzbedingt, ja, vorzeitig raus. Aber der scheint wohl wieder ganz bei Kräften zu sein, oder zumindest hat er das so teamintern dann auch so kommuniziert. Und vorne in der Fluchtgruppe haben sich fünf Fahrer abgesetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich mich jetzt auch nicht so ganz perfekt mit den Flaggen aus. In Summe muss man wohl sagen, von den 90 Fahrern, die heute am Start stehen, sind 60% World Tour Profis und 40% auch die Tour de France rausgefahren. Aber hier die fünf Ausreißer gehören da wohl jeweils nicht dazu. Also wir haben hier Marokko, Mauritius, Thailand, Ruanda und Uganda. Aber das heißt, die stellen jetzt auch erstmal keine große Gefahr dar. Den kann man auch einen größeren Vorsprung gewähren. Und da geht die Lücke dann auch mal kontrolliert auf über 10 Minuten auf. In der Situation, dass es aktuell keinen Funk gibt, noch kein Problem. Alles ist sehr entspannt. Man kann auch mal sich noch ein bisschen nach hinten zurückfallen lassen, ans Teamauto einfach mal so direkt face-to-face mit dem Chef reden, also mit der sportlichen Leitung. Wir sehen Julien Allaphilippe, der mal sein Rad wechseln muss. Aber ja, alles sehr entspannt, sehr moderate Geschwindigkeit im Hauptfeld. Im Internet entstehen auch parallel dazu schon solche Kunstwerke zum Olympischen Straßenrad drin. Aber dann gibt es tatsächlich 190 Kilometer vor dem Ziel auch mal einen Vorstoß von ein paar Fahrern von internationaler Relevanz. Das heißt, Weinmalen von Irland oder ansonsten fährt der für Red Bull Borahans Crohr. Der setzt sich zusammen mit noch drei anderen Fahrern aus dem Hauptfeld raus und sitzt jetzt so als kleine Verfolgergruppe dazwischen. Mitgesprungen bei der Aktion sind Kleb Surica und Elia Viviani. Das heißt, Ineos Grenadiers und Astana. Allerdings muss man zu den zwei Fahrern wohl auch sagen, die sind nicht ganz so motiviert für dieses Straßenradrennen oder beziehungsweise nicht so die ganz passenden Fahrertypen. Bei Olympia gibt es irgendwie sehr komplizierte Qualifikationsrichtlinien. Und bei Viviani ist eher so der Plan, der muss hier starten, damit er auf der Bahn irgendeinen anderen Wettbewerb auslassen kann, um trotzdem im Omnium starten zu dürfen. Ich bin da auch nicht so ganz sicher. Das heißt, der Italiener präsentiert sich jetzt zumindest mal vernünftig auch vorne an der Spitze im Rennen. Zeig mal sein Trikot der Nationalmannschaft. Italien ja sowieso schon nur mit drei Startplätzen und jetzt noch quasi so einen an den Bahnfahrer abgegeben. Oder selbst wenn man meinte, Viviani hätte hier wirklich Siegchancen, dann als Sprinter in der frühen Fluchtgruppe. Ja, eigentlich nicht die richtige Strategie. Und dann haben wir als vierten Fahrer noch einen Griechen dabei. Der hat auch gar nicht das internationale Format. Der hat schon Schwierigkeiten, in der Gruppe überhaupt mit dran zu bleiben. Das heißt, so richtig ist das Rennen jetzt an der Stelle auch noch nicht losgegangen, auch wenn wir jetzt hier an dem Zeitvorsprung sehen. Ja, die werden schon mal ein bisschen ernster genommen, auch von der Nachführarbeit. Also der Zeitvorsprung, der zwischenzeitlich mal auf 15 Minuten aufgegangen ist, geht jetzt mal rapide runter auf dann nur noch sieben Minuten. Und so knapp 100 Kilometer vor dem Ziel geht das Rennen jetzt erstmal eigentlich wirklich los. Die vordere Fluggruppe hat sich größtenteils schon so zerlegt, weil die halt einfach auch gar nicht das internationale Format haben, um da vorne so lange sich aufrechtzuhalten. Wir haben immer noch Ryan Mallen von Irland vorne und wir sehen jetzt eine Konterattacke Ben Healy, ebenfalls Irland. Und das sind schon alle irischen Fahrer. Der versucht bei 92 Kilometer vor dem Ziel nach vorne zu springen zu seinem Teamkollegen. Der bringt dabei noch Alexei Lutschenko mit. Und wir haben tatsächlich eine sogenannte Relais-Station. Das heißt, Ryan Mallen von Irland vorne wartet, während sein Teamkollege, sein Chef Ben Healy, von hinten andockt. Der geht jetzt wieder in den Windschatten rein, spart, glaube ich, ein bisschen Kräfte und wird von Ryan Mallen, solange die Beine noch irgendwie tragen, möglichst weiter nach vorne gezogen. Und das ist eine wirklich sehr interessante Aktion. Ich meine, drei Leute, das ist jetzt immer noch sehr überschaubar und noch kontrollierbar. Aber man darf auch nicht vergessen, die großen Mannschaften hinten, die haben auch nur teilweise ein oder zwei Teamkollegen als Helfer. Und in so einer frühen Aktion habe ich ein bisschen vermisst, dass zum Beispiel auch aus Deutschland ein Nils Pollitt oder Max Schachmann mitspringt. Die dürfen halt nicht abwarten, bis wir auf die letzten 40, 50 Kilometer kommen und dann halt auf Stärke bei so einem Angriff von Mathieu Van der Poel, Wort von Art, halt einfach nicht mitgehen können. Aber wenn man da diesen ganzen taktisch einfach einen Schritt voraus plant und einfach schon in einer Gruppe drin sitzt, wo Mathieu Van der Poel vielleicht auch als Chef erstmal solo hinspringen muss, dann hat man hinterher aus dieser Konstellation durchaus realistische Chancen, um die Goldmedaille mitzufahren. Und wir sehen hinten im Hauptfeld zu der Zeit auch Remco Vennepoel, der ganz aktiv versucht, sich da irgendwie rauszulösen. Der weiß halt auch, der darf heute eigentlich nur dann gewinnen, wenn das ganz taktisch ja mit Wout von Art irgendwie zusammenpasst. Beziehungsweise, wenn er sich jetzt früh absetzt, dann ist Wout von Art auch taktisch ein bisschen hinten die Hände gebunden. Dann darf der zu seinem Teamkollegen ja nicht mehr aufspringen, weil der dann ja wahrscheinlich auch wieder andere Fahrer wie Mathieu Van der Poel mit nach vorne ziehen würde. Und das heißt, Remco Vennepoel, der hat auch ganz klar im Hinterkopf, der muss gar nicht so fahren, dass für ihn das taktisch beste Mittel ist, wie er mit seinen Stärken hier gewinnen kann, sondern auch ein bisschen, wie er überhaupt agieren darf, ohne jetzt direkt gegen Wout von Art zu arbeiten. Und genau die Aktion von Deutschland, die ich 90 vom Ziel noch so vermisst habe, die sehen wir jetzt 62 Kilometer vor dem Ziel. Das heißt, wir sind jetzt schon auf dem kleinen geschlossenen Rundkurs. Ben Healy hat nur noch 28 Sekunden Vorsprung aufs große Hauptfeld, aber da gehen jetzt die Attacken von den etwas kleineren Mannschaften los, die halt nicht abwarten können, bis sie dann halt, ja, leer ausgehen. Und dann setze ich da Stück für Stück zum Schluss eine 7er-Gruppe ab. Losgetreten hat er das Ganze der Mongole von Burgos B. Arnsche. Dann folgte Nils Pollet aus Hürth. Und in Summe haben wir dann diese sieben Fahrer, die sich dann leicht absetzen können. Valentin Madros für Frankreich, Fred White, Stefan Küng, Marco Haller, Michael Woods. Und sowohl individuell auch die Fahrerstärke als auch die Anzahl sieben Fahrer, plus noch Ben Healy vorne. Das ist jetzt wirklich schon langsam eine Frage, wo man drüber nachdenken könnte, ob hieraus vielleicht dann der Sieger kommt. Und hinten im Hauptfeld gehen halt einfach die Helfer aus. Also Tiespinot für Belgien versucht nochmal so das Letzte. Max Petersen hat sogar einen platten Reifen und fällt ein bisschen zurück. Und diese 7er-Gruppe vorne kriegt auch immer weiter Abstand zum Hauptfeld rausgefahren. In Summe jetzt schon die Lücke 53 Sekunden. Und Mathieu van der Poel ohne Helfer merkt langsam, also er muss jetzt reagieren, sonst läuft ihm das Ganze jetzt hier aus dem Ruder. Und jetzt sehen wir die Aktion am Montmartre-Anstieg. Der ganz großen Favoriten. Mathieu van der Poel von vorne. Und sofort sitzt am Hinterrad. Wout van Aert. Und auch die nächsten Fahrer, die folgen können. Julian Alaphilippe, Ex-Weltmeister, MJ von Wismar-Lisebike. Eine fantastische Tour de France gefahren. Aber nachdem sich diese Gruppe mit den absolut stärksten Fahrern im heutigen Rennen sich ein bisschen hat lösen können, das sind halt auch alles die großen Topstars, die Favoriten, die harmonieren nicht gut untereinander. Es sind immer noch 44 Kilometer zu fahren. Das Tempo geht aus der Gruppe wieder ein bisschen raus. Die vordere 7er-Fluchtgruppe kann wieder ein bisschen den Abstand vergrößern. Und hinten in der Verfolgung Mats Pedersen. Der hatte halt vorher einen platten Reifen, deswegen konnte er diese Aktion nicht mitgehen. Und der schließt jetzt quasi immer fast Alleingang die Lücke wieder an diese Favoritengruppe ran. Und dadurch eine neue Rennsituation, 38 Kilometer vor dem Ziel, diese super Favoritengruppe um Van der Poel von Aert wieder im Hauptfeld geschluckt. Und genau in dem Moment attackiert jetzt Remco van der Poel für Belgien aus dieser Gruppe raus. Mathieu van der Poel kann gerade im Moment nicht mitgehen, weil der erst kurz vorher in den Angriff fern ist. Und so schafft es jetzt zumindest Remco Van der Poel sich halt quasi solo, ohne den ja großen Konkurrent von Wout van Aert abzusetzen, springt alleine an diese größere Fluggruppe nach vorne ran und ist da jetzt wahrscheinlich der stärkste Fahrer. Und in der Verfolgung gibt es jetzt eigentlich keine Mannschaft mehr, die wirklich hinterherfahren kann. Mathieu van der Poel ist halt alleine für Niederlande. Wout van Aert wird nicht seinem eigenen Teamkollegen hinterherfahren. Julien Alaphilippe für Frankreich muss da auch nichts machen. Der hat ja Valentin Maduas vorne. Und so wäre es höchstens vielleicht irgendwie an der USA oder an Dänemark die Situation nochmal zu retten. Vielleicht Spanien, aber auch nicht so wirklich, weil im Prinzip die würden auch alle nur Mathieu van der Poel dann in die Goldmedaille ranfahren. Und in dieser taktischen Partsituation geht jetzt nach hinten halt immer weiter die Lücke auf. Das Hauptfeld jetzt schon 1 Minute 24 zurück. Vorne gab es zwischenzeitlich mal eine Zweiergruppe. Das heißt Valentin Maduas für Frankreich war noch der Fahrer, der noch am ehesten am Hinterrad von Remco Van der Poel mitgehen könnte. Verweigert dann auch großteils die Führungsarbeit. Und bei der letzten Überfahrt am Montmartre wird er im Prinzip stehen gelassen. Und alles sieht danach aus, als könnte Remco Van der Poel, nachdem er schon das Einzelzeitfahren letztes Wochenende gewonnen hat, jetzt auch solo das Straßenrennen gewinnen. Das hat überhaupt noch nie ein Fahrer überhaupt erreicht. Dieses Doppel aus Einzelzeitfahren und Straßenrennen. Also zumindest bei den Männern. Bei den Frauen bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass Anna Van der Poel das schon mal hatte. Oder Annemiek van Vleuten war da schon mal auf jeden Fall dicht dran mit Silber im Straßenrennen und Gold im Zeitfahren. Aber wenn Remco Van der Poel gewinnt, ist er auch der jüngste Sieger vom Männer-Olympischen Straßenradrennen. Sogar ein Jahr jünger als Jan Ulrich damals. Und in der weiteren Verfolgung um Remco Van der Poel bzw. Valentin Maduas, der hängt ja auch noch Solo dahinter, kommen dann hier als zweiter und dritter Fahrer MJ zusammen mit Christoph Laporte, auch für Frankreich am Hinterrad. Das heißt, ja, beides Teamkollegen bei Wismar-Lise-Bike, aber der Franzose geht natürlich nicht mit durch die Führungsarbeit, weil der will verhindern, dass Valentin Maduas aufgefahren wird. Aber in der jetzigen Rennsituation würde ich mir wirklich einen Funk wünschen. Ganz am Anfang im Rennen hatten wir noch genug Zeit, da konnte man sich immer zurückfallen lassen. Wir hatten ein großes geschlossenes Hauptfeld. Ja, dann geht man halt zum Teamauto und redet mal mit dem Chef. Aber jetzt haben wir so viele versprengte einzelne Fahrer und jetzt müssen auch teilweise Entscheidungen getroffen werden. Also hier zum Beispiel, darf Laporte jetzt durch die Führung mit durchgehen oder nicht? Kann man vielleicht mit einem Valentin Maduas zusammen, vielleicht nochmal, wenn man dann als Dreiergespann dahinter zusammenhängt, Remco Wernepoel vielleicht nochmal einholen und dadurch dann auch um den Sieg fahren? Oder sichert man jetzt jeweils ab auf Silbermedaille und vielleicht dann nochmal eine Bronzemedaille im Sprint aus der kleinen Volkergruppe raus? Zudem gab es auch unterwegs ständig chaotische Szenen, wo Fahrer einfach nicht, ja, Energieriegel, Wasserflaschen bekommen haben. Wir haben Fahrer vom Team Lidl-Track, also Jasper Stolven gesehen, der in dem Nationalteam von Belgien andere Wasserflaschen fährt. Das heißt, auch andere Wasserflaschen braucht für seinen, ja, Flaschenhalter als zum Beispiel Wout von Art oder Remco Wernepoel. Und das ist alles gar nicht so einfach zu koordinieren, wenn man nicht funken kann. Hey, ich brauche was oder steht hier vielleicht auch irgendwo mal ein Betreuer, demnächst an der, ja, Strecke rechts oder links kann ich da einen Arm raushalten. Und dann die für mich wirklich absolut entscheidendste Szene, die dafür spricht, dass wir einen Funk in dem Sport brauchen. Im Straßenradsport soll das Material nicht entscheiden, sondern die Sportler. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, darf man zum Beispiel ein Ersatzrad von einem Begleitfahrzeug entgegennehmen. Aber allein die Zeit, die man schon dadurch verliert, ja, anhalten zu müssen, zu wechseln, das ist schon ein immenser Nachteil, der den Sport ja ein Stück weit auch zu so unschönen Bildern führt. Alle wünschen sich doch jetzt in dem Moment, wenn Remco Wernepoel solo da dem Sieg entgegenfährt, dass der auch durchkommt und nicht auf die Art und Weise jetzt wegen dem Hinterradplatten auf einmal das Olympische Straßenrennen 3,8 Kilometer vor dem Ziel noch verliert. Und dann hat er einfach in dem Moment auch keinen Funk, um sein Begleitfahrzeug zu rufen und dem zu sagen, hey Leute, ich habe ein Problem. Der hebt seinen Arm wild gestrikulierend, der brüllt rum, der weiß gar nicht, wie die Zeitabstände nach hinten sind, wer da überhaupt in der Verfolgung drin sitzt. Also das sind ja auch alles taktische Entscheidungen, ob man jetzt mehr oder weniger Risiko geht. Ja, vielleicht auch mit Krampfgefahr, vielleicht mit Sturzgefahr. Und der steht hier an der Straße kurz vor dem Ziel, vor seinem größten Erfolg in der Karriere. Und es dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis der Kerl ein Ersatzrad findet. Also der rennt hier links, rechts über die Straße. Keiner weiß, neutrales Material, wo ist überhaupt mein Teamfahrzeug? Ist das jetzt überhaupt direkt hinter mir oder ist das ja relativ weit zurück, weil das irgendwo hinter war von Art hängt? Wenn das hier ein deutscher Fahrer gewesen wäre, die müssen sich hier in dem Olympischen Straßenrennen sogar noch ein Teamfahrzeug mit noch einer ganz anderen Nation teilen. Also das sind hier wirklich nochmal zum Schluss dramatische Szenen, aber der hatte dann doch genug Vorsprung. Und so gewinnt Remco Wernepul für Belgien das Olympische Straßenrennen. Vielleicht noch nicht mal, weil er der Beste an dem Tag war, auch wenn er schon extrem stark war. Aber der profitiert natürlich ganz extrem davon, dass Belgien hier mit zwei Kapitänen anreist und auch in einer taktischen Teamsportart, Mannschaftssportart mit vier Fahrern am Start steht. Es ist natürlich auch ein großer Name, mit dem ich sehr gut leben kann. Aber ich hätte auch sehr gerne sehen, wie das Rennen abläuft, wenn das faire gleiche Bedingungen für alle gewesen wären. Das heißt, Mathieu van der Poel zum Beispiel noch einen Teamkollegen mehr gehabt hätte. Kann sein, dass das Ergebnis dann am Ende gleich aussieht, weil die keinen zweiten so starken Fahrer im Team haben. Kann aber auch sein, dass das ein ganz anderes Ergebnis bringt, wenn dann zum Schluss jemand die Lücke nochmal zufahren kann zu Remco Wernepul. Und dann hier Wout van Aert und Mathieu van der Poel, die wohl ganz klar die stärksten hier im Rennen waren, auf Platz 1 und 2 reinkommen. Aber das hier ist das Endergebnis. Mathieu van der Poel kommt dann zum Schluss nur auf Rang 12 an, hinter Julian Alaphilippe auf 11. Wout van Aert wird sogar nur 37. mit 3 Minuten 40 Rückstand. Keine Ahnung, was da noch am Ende passiert ist. Oder ob die einfach nur zum Jubel schon ein bisschen früher rausgenommen hat. Weil ganz klar, vorne geht der Sieg auch an Belgien. Remco Wernepul vor Valentin Matuas auf 2. Der kommt auch noch solo an. Und danach sprint der Verfolgergruppe. Christoph Laporte gewinnt vor Attila Walter und Tom Scoins, Marco Haller, Stefan Küng, Jan Tratnik, Mathieu Jürgensen. Das ist so noch die größere Gruppe, die danach reinkommt. Ich habe irgendwie gehört, Nils Pollet, der hat ja auf jeden Fall den richtigen Moment erwischt und war in dieser Gruppe um Stefan Küng mit dabei. Aber der soll wohl irgendwie Magenprobleme im Finale drin gehabt haben und ist das Rennen dann noch gar nicht mehr bis zu Ende gefahren. Das heißt, besser Deutscher wird auf Rang 28, Max Schachmann, bisschen unauffällig gefahren. Ah, einen kleinen Moment, kurze Korrektur. Nils Pollet ist doch zu Ende gefahren, aber der muss wohl zwischenzeitlich mal angehalten haben, um da irgendwie die Toilette aufzusuchen. Und fährt dann aber doch noch das Rennen zu Ende als 70. im Ziel mit fast 20 Minuten Rückstand. Und ja, Elia Viviani hat sich halt einfach ein bisschen warm gefahren für die Warenwettbewerbe dann nächste Woche. Das war es erstmal soweit von mir. Wenn ihr den Kanal hier unterstützen wollt, abonniert gerne den Kanal, schreibt einen Kommentar, liked das Video, so die Klassiker. Mich hat mal jemand in den Kommentaren unter einem von den ganzen Tour de France-Analyse-Ecke-Videos gefragt, ob man mich auch irgendwie mit einer kleinen Geldspende unterstützen kann. Und da sage ich erstmal überhaupt vielen Dank für die Idee. Also ich versuche immer qualitativ halt auch hochwertige, gute Videos zu machen, die euch auch interessieren. Auch wenn das vielleicht nur eine ganz kleine Expertenrunde ist, die so tief in den Radsport eintauchen will. Da gibt es sicherlich andere Kanäle, die ein bisschen schnellerer, einfacher YouTube-Videos produzieren, die dann auch ein sehr großes Publikum erreichen, wo dann so zwei Minuten Informationen mit irgendwie noch sechs Minuten schönen Kamerafahrten und Musikuntermalungen ein bisschen in die Länge gezogen wird, damit man da auf Watchtime kommt und das Ganze vom YouTube-Algorithmus ein bisschen mehr Werbungfinanzierung reinkommt. Sowas will ich einfach ungern machen, auch wenn ich die Kollegen absolut respektiere, weil es funktioniert ja natürlich auch. Aber wenn ihr sagt, hey komm, den kleinen Kanal hier, den unterstütze ich noch ein bisschen für vielleicht doch ein besseres Mikrofon. Also aktuell decke ich nur gerade so plus minus null meine Ausgaben für ganze Technik-Equipment. Dann habe ich hier auf kofi.com unter prinky-polkadot meine Möglichkeit eingerichtet, wo ihr mir entweder einmalig oder auch von mir aus monatlich mit Paypal einfach Geld überweisen könntet. Absolut freiwillig. Als Gegendienstleistung könnte ich höchstens anbieten, euch vielleicht hier auf irgendeine Wand zu schreiben oder sonst irgendwie zu ehren. Ich erwarte auch absolut nichts, aber wenn jetzt hier schon Leute von meinen Zuschauern selber auf die Idee gekommen sind, ja, da muss ich zumindest nochmal die Möglichkeit anbieten. Plus, ich habe da noch eine andere Idee und zwar auf der Live-Streaming-Plattform Twitch. Die gehört mit zu Amazon und da gibt es die Möglichkeit für alle, die von euch schon ein Amazon-Prime-Konto vielleicht sowieso haben. Ohne, dass ihr da Mehrkosten von habt, könnt ihr da einen Streamer eurer Wahl mit 1,50 Euro im Monat halt so freiwillig supporten. Ich muss dann vorher noch ein paar Grundbedingungen erfüllen. Also ich brauche zum Beispiel 50 Follower. Aktuell habe ich 6. Keine Ahnung, wo die auch herkommen. Aber folgt gerne auch mal meinen Kanal auf Twitch und vielleicht machen wir auch in Zukunft mal ein paar Live-Events da. Dann können wir vielleicht auch so ein paar Themen direkt einmal diskutieren. Das heißt, ihr schreibt einfach eure Meinung in den Live-Chat rein und ich gehe dann darauf ein. Ach, jetzt hat sich sogar schon der Akku von meiner Kamera verabschiedet. Also folgt auch gerne mal meinem Account auf Twitch. Dann machen wir da vielleicht mal so ein paar Live-Diskussionsrunden. Also vielleicht mal so eine Stunde am Abend eure Fragen direkt diskutiert. Aber das soll es erstmal von mir gewesen sein und dann sehen wir uns morgen wieder nach dem Straßenrennen der Frauen.